moin leute was geht's play vom start und willkommen zu einem der entspannt videos hier überhaupt auf meinem kanal ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen mein kanal hat die 100 abonnenten geknackt und jetzt zu diesem anlass gibt es hier dieses video kommen wir aber erst auch zum ablauf in diesem video am anfang des videos werde ich mich noch mit der frage beschäftigen was damit minecraft auf meinem kanal los ist weil ja keine minecraft videos mehr kommen denn nach welch noch allgemein wird themen von meinem kanal reden diesen zukunft weitergehen wird welche videos werden noch kommen und dann am ende gibt es doch eine kleine sache ein kleines projekt mit dem er als community aktiv werden könnt also bleibt bis zum schluss dran ja erst mal zum abung des videos möchte ich eine sehr aufgestellte frage von euch klären und zwar was denn jetzt eigentlich mit minecraft auf meinem kanal ist weil die viele wissen hat mein kanal mit minecraft begonnen mein erstes projekt zur minecraft das dschungel camp und es hat auch mega spaß gemacht zum aufnehmen nur das ding ist das minecraft projekte schon lange nicht mehr so beliebt sind wie früher und das merkt man auch in der watch time denn wenn sich die leute bei einem zehnminütigen video das video plus durchschnittlich eine minute und 18 sekunden angucken dann sehe ich seinen auf und den ich in das video gesteckt habe nicht außerdem sind roleplay projekte wie man das dschungel camp die müssen geplant werden darauf komme ich gleich noch mal zurück die sind viel aufwändiger als ich sage jetzt mal minecraft 1.14 oder die scott videos weil bei solchen sachen kann ich einfach sagen ja ich mache jetzt bei dem dschungel camp es ist so dass sich erst leute die mitmachen bescheid geben muss weil das muss halt das muss halt immer dasselbe sein ja das ist singularity das ist nico mein freund der muss da immer dabei sein das kann kein anderer sein und außerdem müsste noch die maps fertiggestellt werden dass wir die dungeons haben die wir suchen können und da kann man auch schon auf den punkt mit den dungeons das mal vorangewurfen wurde dass das ganze gefällt und gestellt und geplant ist und ja das war das projekt aber ganz im ernst welches roger projekt ist nicht geplant ich glaube so ist es mit minecraft freedom ich glaube dass es mit sehr vielen projekten da kann man auch nicht viel daran ändern und ich mein spaß gemacht hatte trotzdem und es ist auch einigermaßen gut angekommen bei den leuten es gab ein paar leute die haben das wirklich richtig gefeiert grüße gehen raus an starbe und gamers box die hat minecraft allgemein ziemlich gefeiert haben auf meinem kanal deshalb noch wegen der frage ob minecraft auf meinen kanal noch kommen wird ich würde ich versprechen ja minecraft wird noch kommen aber wahrscheinlich nicht so wie sie kennen von minecraft schon camp oder minecraft 1.14 sondern wenn sie mehr mit dem unterhaltungs aspekt also zb mich auf challenges und so weiter und minecraft das dschungel camp speziell mädchen noch einen würdigen abschluss finden wir sind noch nicht so ganz einig aber definitiv werden da noch ein paar folgen kommen jetzt nicht mehr so viel aber schon noch einige jetzt ist aber mal schluss mit dem traurigen gerede denn es gibt natürlich auch noch grund zu feiern und zwar hat mein kanal die 100 abonnenten erreicht und auf das bin ich wirklich mega stolz ich hätte nie erwartet dass es wirklich 100 leute gibt die sagen so jo deine videos gefallen mir die ich abonniere ich außerdem habe ich auch nicht was das schon so nach 17 videos ich glaube dass dieses das 17 so der fall sein wird aber ich habe ich immer auch sehr viel wert auf qualität gelegt es ist halt meine frage an euch wollt ihr weiterhin dass die videos eine sehr hohe qualität habt oder wollt ihr lieber mehr videos die dafür nicht so aufwundig geschnitten sind lasst mich unbedingt in den kommentaren wissen weil sie mich wirklich interessieren und dann möchte ich es auch mal ausprobieren jetzt geht es aber um das projekt ist ich mit euch zusammen machen möchte und zwar möchte ich ein eigenes texture pack erstellen aber nicht sich eins von design erstellen lassen oder selbst sondern ich möchte es mit euch zusammen erstellen also wenn ihr gut design könnt oder eine idee habt aus welchen anderen texture packs man was zusammenwürfen könnte dann scheint gerne auf meinen disco server und schreibt mich da an das ganze sollte so ein pvp texture pack sein bei dem man zwischen bedrockten sky was nicht immer die packs wechseln muss also sollte schon ziemlich praktisch sein demnächst führe ich auch neue kanal trailer und eventuell auch ein neues profil bild erwarten das profil bild wird dann von dem bezahlten designer erstellen und ja ich hoffe dass euch dann gefallen wird ihr könnt es dann natürlich auch bewerten mit wertung schicken fall sich dann wieder zum alten machen soll und ich würde sagen das war es heute schon mit diesem video danke dass ihr euch das kurz angeschaut habt das ist heute nicht so lang sollt ihr auch nicht jetzt sollte auch nicht so lang werden ich will sagen ciao und bis zum nächsten mal